Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Woche und einem neuen Kochvideo mit mir. Wir machen heute diesen wunderbaren Joghurt-Erdbeer-Shake zusammen. Richtig lecker. Bei mir geht der persönlich auch manchmal als Mittagessen durch, weil es einfach auch richtig satt macht in diesen heißen Sommertagen. Da hat man ja meistens nicht so viel Hunger. Und wer jetzt nicht auf Erdbeeren steht, der kann das auch mit Mango machen. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Das war eines meiner ersten Videos. Also schaut unbedingt rein. Es ist eigentlich ganz lustig anzuschauen. Ja, den Videolink dazu verlinke ich euch hier unten in der Infobox. Also Mango Lassi hier unten in der Infobox. Und vielleicht habt ihr letzte Woche nicht eingeschaltet, aber da habe ich eine WM-Torte gemacht. Richtig gut sieht die aus und die schmeckt auch lecker. Also ein absolutes Muss für eure nächste WM-Party zu Hause. Schaut auch gerne da mal rein. Auch unten in der Infobox den Link für euch. Und auch hier oben auf den I könnt ihr draufklicken, da könnt ihr euch das auch anschauen. So, jetzt zeige ich euch aber, wie man diesen leckeren Drink macht. Ich wünsche euch viel Spaß. Für den Erdbeer-Joghurt-Shake brauchen wir 500 Gramm Naturjoghurt, dann 300 Gramm Erdbeeren gefroren oder frische, eine Limette, ein bis zwei Esslöffel Honig und Minze für die Deko. Als erstes gebt ihr den Naturjoghurt einfach in eine große Schüssel. Am besten sollte er kalt sein. Anschließend könnt ihr die Limette reinpressen. Die erste Hälfte habe ich jetzt ohne Hilfsmittelchen gemacht, die zweite, dafür nehme ich mir eine Gabel. Funktioniert super, einfach reinstechen und rumrum pressen. Und das funktioniert wirklich, wirklich super. Also unbedingt ausprobieren. Und anschließend könnt ihr noch den Honig reingeben. Als nächstes muss ich die Erdbeeren pürieren. Ich habe jetzt hier gefrorene genommen, habe die ein bisschen auftauen lassen und die werde ich jetzt mixen. Ich mache das mit meinem Mixer von Nutri Lovers. Ihr könnt aber auch einen Pürierstab nehmen oder irgendeinen anderen Mixer. Falls ihr meinen wollt, der Link ist in der Infobox für euch. Und ja, da gehört jetzt einfach noch der Deckel drauf. Da ist auch dieses Schneidemesser schon dran. Und das Ganze wird jetzt gemixt zu einem Erdbeerpüree. Das Erdbeerpüree darf jetzt hinzugefügt werden und zwar zum Naturjoghurt und den anderen Sachen. Und das Ganze dann schön mischen mit einem Schneebesen. Schön umrühren. Ich finde ja die Farbe immer so toll. Und ja, sobald ihr damit fertig seid, ist das eigentlich schon, ja, eigentlich fertig. Das Ganze könnt ihr jetzt in so eine Flasche füllen, denn ja, ich will nur ein Glas haben. Und es bleibt sehr viel übrig. Kann ich morgen noch trinken und ihr könnt es dann abgefüllt in den Kühlschrank geben. Und als Deko nehme ich mir jetzt noch einen Holstick und kleine Erdbeeren. Die spieße ich einfach auf meinen Holstick drauf. Und ja, gibt eine super hübsche Deko. Müsst ihr natürlich nicht machen, aber ich hatte noch ein paar frische Erdbeeren da. Deswegen diese Deko. So, jetzt einfach den Erdbeerlassi oder Erdbeerjoghurt-Shake in das Glas füllen und dann dekorieren. Einmal mit dem Erdbeerstick und mit der Minze. Und ja, fertig ist der Erdbeerjoghurt-Shake oder der Erdbeerlassi. So, so lecker. Guten Appetit! So, meine Lieben, das war es wieder für diese Woche. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir ein Däumchen nach oben und schreibt mir gerne in die Kommentare, ob euch Mango oder Erdbeer besser schmeckt. Da bin ich ja mal gespannt, was da rauskommt. Ich wünsche euch noch eine ganz, ganz tolle Woche. Daumen drücken für die Nationalelf. Und bis nächsten Montag. Tschüss! Tschüss!